Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch. Zu besprechen von Godzilla X Kong The New Empire, der Fortsetzung von Godzilla vs. Kong, der jetzt auch schon fast vier Jahre auf dem Buckel hat. Ja Gott, die Zeit vergeht aber auch echt rasend schnell. Wir haben uns hier zusammen getroffen, um ein paar Fragen zu klären, was diesen Film angeht. Zum einen, wie gut oder wie schlecht ist er? Wie viele Monsterkeile gibt es? Und wie bequem ist eigentlich das römische Kolosseum so als Schlafplatz? Die Beantwortung dieser Fragen bringen uns zwei Leute, nein drei Leute, ich bin auch noch dabei. Hallo, ich bin erst du. Außerdem noch mit dabei ist der Zero. Hallo Zero. Guten Abend. Und der Mann, der glaube ich noch beharrter ist als Kong himself, nämlich Timo. Hallo. Ein wunderschönes Moinsen. Wir haben heute Godzilla X Kong, oder mir wurde gesagt, das X ist stumm, aber ich weiß nicht, wie ich es ausdrucken soll. Deswegen sage ich jetzt einfach The New Empire gesehen. Und bevor wir uns um diesen Film kümmern, müssen wir mal kurz klären, A, wie stehen wir allgemein zu Godzilla und wie stehen wir zu diesem sogenannten Monsterverse von Legendary und Warner. Und ich würde sagen, Zero, mach du mal den Anfang. Ja, ich meine den Anfang. Über die Serie kann ich überhaupt gar nichts sagen, die habe ich immer noch nicht gesehen, aber die Filme auch alle letztens erst nochmal konsumiert. Und bis auf der Vorgänger Godzilla vs. Kong haben die mir alle gleich gut gefallen. Also alle auf jeden Fall sehenswert, nur der hat bei mir so richtig abgestunken. Und am besten, ja doch, Skull Island, weil der auch vom Schauspielerischen her noch ein bisschen was bietet. Mir auch da komischerweise die Menschen doch ein bisschen mehr am Herzen lagen als an allen anderen Filmen. Ja, der war schon ordentlich. Statten Sie eine Nachfrage. Was hat der Godzilla vs. Kong im Rewatch, warum hat er bei dir nicht standgehalten? Das würde mich interessieren. Ich weiß es nicht genau. Also ich fand ihn immer noch dumm und nicht gut genug in der Action, also in der Klopperei, dass mich das dann überzeugt hätte. Also komischerweise bei dem Film heute, wo man nachher zu kommen, ist das ein bisschen anders rumgelaufen dann. Ich finde das gerade sehr interessant, weil, also um das schon mal wegzunehmen, ich würde keinen der Monsterverse-Filme außer vielleicht dem ersten Gareth Edwards attestieren, dass sie intelligent wären. Ja, doch hier, Skull Island war doch ordentlich mit der Apocalypse Now-Anspielung und alles, das war doch ganz nett. Ja, das ist jetzt, ob das jetzt aber so intelligent ist, einfach, also, ah gut, aber wir driften jetzt schon ab, ich sehe das schon, als würde ein lustiger Podcast werden. Timo, bitte, wie stehst du zu Godzilla und zu dem Monsterverse? Also ich teile deine Einschätzung nur auch geringfügig, ich glaube auch, dass Gareth Edwards Godzilla nicht so wahnsinnig intelligent ist. Skull Island ist er auf jeden Fall nicht, denn diese Hommage an Apocalypse Now ist natürlich super visuell vor allen Dingen und auch hat einen brachial geilen Score von Henry Jackman, den kann ich auch so einfach gut weghören. Ist, glaube ich, auch mein Liebling aus dem Monsterverse-Film, weil er halt so diesen Hang und Mut zur Stilistik hat. Ich finde Godzilla 2014, ich habe auch außer Skull Island alle nochmal gerewatcht, hat Godzilla am meisten verloren, ehrlich gesagt, weil ich über diese eklatanten Schwächen nicht hinwegsehen kann. Ich finde das nach wie vor einen wirklich soliden Katastrophen-Actioner, es ist für mich aber kein Kaiju-Actioner. Das ist so ein bisschen mein Problem. Ich finde, dieses Antisern, da kommen wir auch noch im Verlauf des Gesprächs heute bei Godzilla Kong, jetzt war das X nicht stumm, sondern ich habe es so weggegendert quasi, da kommen wir heute wahrscheinlich noch zu. Ja, das X wird so gegendert, so, Godzilla, Ökong, so wie Schluckauf, glaube ich, Faden wieder aufnehmen. Mir ist das Antisern dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Ich brauche dann doch irgendwann mal so einen Moment, wo es wirklich auf die Fresse gibt und zwar frühzeitig. Und das macht der Film halt so drei, vier Mal zu viel für mich, dass er immer wieder wegschneidet, dass er immer wieder andere Standorte ins Blickfeld nimmt und dann hat er ein für mich großes Problem, weil die Figuren einfach nicht interessant sind. Sobald Bryan Cranston aus dem Film ist, sorry, Spoiler für Godzilla von 2014, sobald Bryan Cranston nicht mehr auf der Bildfläche ist, ist der Film halt echt stinkelangweilig, was die menschlichen Figuren angeht. Die Kaiju-Action am Ende ist super, aber das ist mir zu wenig. Und ich habe im Rewatch, Godzilla vs. Kong ist auch jetzt nicht mehr, also ist jetzt nicht schlechter geworden, sondern ist nach wie vor, ich finde ihn gut, aber für das, was er ist, finde ich ihn gut. Ist kein guter Film, sondern ist einfach eine geile Klopperei mit einem nervigen Side-Plot zwischen Millie Bobby Brown und ihrem Typi da aus Deadpool 2 und so weiter. Es ist einfach viel zu lang und viel zu langatmig. Bringt mich zu King of the Monsters, den von Michael Doherty. Der hat im Rewatch bei mir, der wächst mit jedem Mal gefühlt. Und zwar nicht, weil der sich so wahnsinnig clever anfühlt und auch da irgendwie finde ich die menschlichen Schicksale echt egal. Nee, es sind einfach diese Bilder. Der kreiert Szenenbilder mit Rodan, mit Motra, mit Godzilla, mit King Ghidorah. Die finde ich so geil, dass mir das im Rewatch so unheimlich viel Freude gemacht hat. Und der lässt halt auch mal Bilder wirken. Das konnte nur einer, nämlich Michael Doherty. Und ja, das sind so meine Monsters-Erfahrungen. Wenn ich die ranken müsste, würde ich halt Sky Island vom Spaßfaktor auf die Eins setzen. Danach King of the Monsters, dann Godzilla vs. Kong und dann den Gareth Edwards 14er. Ohne jetzt Godzilla X Kong schon damit reinzunehmen. Ja, also dann sind wir uns drei einig. Denn auch ich finde Sky Island von dieser Reihe am stärksten. Den habe ich auch am häufigsten gesehen. Ansonsten, der erste Godzilla, also der 2014er Godzilla. Ich kann das, was du sagst, nachvollziehen, verstehe das auch. Aber der hat halt dafür, bei mir ist es so, der hat unglaubliche Schwächen, aber hat einfach unglaubliche Stärken. Also dieser Halo Jump ist halt echt wirklich saugeil. Deswegen fand ich den immer ein bisschen besser als alle anderen. Aber auch jetzt keinen Film, wo ich sage, den muss man unbedingt gesehen haben. King of Monsters, ich habe den zweimal gesehen, ich finde den wirklich von dieser Reihe am schwächsten. Weil sie da einfach, wie ich finde, einen ganz, ganz großen Fehler machen. Nämlich sie haben das, ich habe das Gefühl, denen sind die Menschen wichtiger. Und ich möchte halt nicht irgendwie im Regennassen irgendwo Menschen zusehen, wenn im Hintergrund sich die Monster verprügeln. Das ist nicht das, was ich sehen möchte. Deswegen ist es für mich ganz klar, dass Low Light und zu Godzilla vs. Kong, ja, den fand ich echt spaßig. Den finde ich immer noch spaßig. Es liegt auch daran, weil es so der erste Kinofilm ist, den ich gesehen habe nach, in Anführungszeichen, Ende der Pandemie. Und der lief ja zeitgleich im Kino und auf HBO Max. Und man hatte ja auch Möglichkeiten, mit der Patricks auch HBO Max dann zu streamen. Und ich habe den, glaube ich, zuerst im Stream gesehen und fand den da ordentlich. Und dann konnte ich den ein paar Monate später auf der ganz großen Nine-Man sehen. Und da hat er echt nachgewirkt. Und ich muss auch sagen, dass der Regisseur Adam Wingard, der jetzt auch den Nachfolger, den wir New Empire gedreht hat, es auch wirklich gut hinbekommen hat, nicht nur diese krachende Kaiju-Action zu inszenieren, sondern die ihnen auch immer so eine gewisse Kniffe zu verleihen, gerade visuell. Also wenn gegen Ende Godzilla und Kong in so einem Neonlichtmeer sich bekriegen, ist das schon wirklich was ganz, ganz Feines. Gut, damit hätten wir jetzt geklärt, wie wir zu dem Monsterverse stehen. Was interessant ist, keiner hat tatsächlich Godzilla minus One erwähnt. Ich meine, er gehört nicht zum Monsterverse, aber der Film ist ja in aller Munde, weil sie jetzt kürzlich den Oscar gewonnen haben für Beste Effekte. Das heißt, nach 70 Jahren hat Gotzi, ja, ich bin ein Freund von Godzilla, ich darf ihn Gotzi nennen, einen Oscar gewonnen und hat wirklich diese Riesenechse, finde ich, so ein bisschen auch wieder auch ins westliche Filmbewusstsein zurück. Gott, ich kann. Timo, bitte. Geworfen. Genau, geworfen. Genau, genau. Timo. Schneiden Sie einfach das Wort geworfen hier rein. Ja, ich höre meinen Namen. Ich soll jetzt sagen, warum ich Godzilla minus One nicht gerankt habe. Nein, 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 ich wollte eigentlich nur fragen, ich weiß ja, dass du von uns beiden, weil den Zero kennt ja nicht so gut, schon ein recht großer Kaiju-Fan bist. Wenn du jetzt die Wahl hättest zwischen dem japanischen Godzilla-Universum und dem neuesten Hollywood-Godzilla-Universum, welches würdest du wählen? Das ist eine fiese Frage, weil sie so unterschiedlich sind und so unterschiedlicher teilweise nicht sein könnten. Wenn wir jetzt auch dieses Monsterverse an sich nehmen, was diese, diese, es ist ein Franchise, diese Filmreihe so interessant macht, waren, finde ich, so die unterschiedlichen Tonalitäten. Also irgendwie, Gareth Edwards nimmt das alles sehr ernst. Skull Island nimmt das schon ein bisschen weniger ernst. King of the Monsters nimmt das wieder etwas ernster, aber macht es trotzdem zu einem wirklich sehr, sehr großen Anleihe fest, was die Toho-Sachen angeht. Und dann kam Godzilla vs. Kong und der macht das halt sehr albern und weiß schon, was das für eine Art von Film ist. Und ich finde, da geht jetzt auch Godzilla x Kong in diese, schlägt in die gleiche Kerbe. Ich mochte aber Minus One von allen genannten Filmen so viel lieber, dass ich mich wirklich vor sehr vernünftig und gut gezwungen habe, diesen fast komplett aus meinem Gedächtnis zu löschen, was jetzt Vergleiche angeht. Ich bin natürlich nicht darauf versessen, diese Filme miteinander zu vergleichen, aber es ist automatisch so, weil es auch die letzte Kinoerfahrung war, die, lustigerweise ähnlich wie bei dir, bei Godzilla vs. Kong war es auch bei mir so. Ich habe den erst im Stream bei HBO Max gesehen und dann ein halbes Jahr später nochmal auf Deutsch im Kino, weil ich so Bock hatte, den auf der Leinwand zu sehen. Und bei Minus One war es halt genauso. Deswegen ist die Frage echt schwierig zu beantworten. Ich drücke mich ja auch gerade drum, wie man merkt. Ich glaube, ich würde gerne die Effektleute, die Minus One gemacht haben, mit dem Geld von den US-Produktionen sehen und dann einen Drehbuchautoren, der vielleicht Lust hat, dass mir die menschlichen Figuren, sagen wir mal so, ein bisschen mehr bedeuten und gleichzeitig nicht den kompletten Fokus auffressen. Es sei denn, es soll ein menschliches Drama werden mit Kaiju-Action und nicht ein Kaiju-Action mit menschlichem Drama. Habe ich die Frage damit beantwortet? Auf und schick's an den Warner. Ja, ja, wunderbar. Sehr gut aufschreiben an den Warner. Sofort, sofort. Ich geh damit zur Höhle der Löwen und pitch das da. Ja, aber es stimmt schon, also ich bin jetzt nicht so der große Kaiju-Fan wie du, aber was Minus One hat wirklich herausragend gut hinbekommen, ist, dass die Menschen da auch wirklich zählen. Und das kann man, glaube ich, jetzt nicht gerade sagen zu dem Monsterverse-Film. Ähm, aber wir, oder ich, äh, ich reite wieder so schnell voraus. Vielleicht sollten wir erst mal kurz klären, nämlich das Wichtigste, und das wird jetzt sehr epochal und sehr lang und, äh, sehr komplex, aber wir müssen natürlich klären, The New Empire, worum geht es? Zero, kannst du die Antwort? Und bitte, bitte, fast nicht. Ja, es wird sehr schwierig bei diesem doch sehr, sehr, sehr aufwendigen Plot. Ja, wir haben, kommen wir erst mal zu dem menschlichen Punkt. Wir haben das kleine Mädel Gia wieder, und die fühlt sich nicht so ganz wohl an ihrer Schule, kommt da überall nicht klar, und wenn wir aber sie verfolgen, sie trifft dann wieder auf Teile ihres Stammes, und da kommt so ein Fantasy-Part noch mit hinzu, das ist so ihre Story, aber im Grunde geht es da drum, wir wollen sehen, wie sich Kong, äh, jetzt ein Böser-Kong und Godzilla mit noch einem anderen, ähm, Tieran komplett auf die Fresse hauen. Das ist eigentlich der Sinn des Films, und der ganze andere Schmuh, der könnte ruhig weg sein. Also, wichtig ist, dass die sich ordentlich, äh, vermöbeln. Das ist eigentlich der Sinn des Films. Genau. Ja, die gesuchte Lösung war, äh, Kaiju-Fratzen-Kleilerei hatte ich aufgeschrieben, aber ja, Fratzengeballer ist gut. Oder so, ja, ja. Ja, ähm, machen wir es direkt, oder ich sag's direkt raus, äh, The New Empire ist, Überraschung, genau wie sein Vorgänger, und der Film davor, halt einfach strunzdof. Also, ähm, ich finde, das ist so ein Film, du kannst dem so viele Sachen vorwerfen, und alle diese Vorwürfe haben Bestand, von, von, dass er logisch in sich zusammenfällt, sobald du ihn mit einfachsten physikalischen Gesetzen konfrontierst, oder so solche Sachen wie zum Beispiel, warum zum Teufel scheint in der Hohlerde die Sonne, ja? Ähm, die Menschen sind doof, äh, und uninteressant, äh, das alles ist natürlich im Prinzip ein großer Animationsfilm, wenn man es mal runter bricht, weil du sehr selten wirklich mehr als drei Leute siehst, die nicht vor dem Greenscreen stehen, aber, äh, kurz hinterher, äh, Quatsch, kurz hinterher, Timo, Timo sagt das schon, die wissen halt schon, was sie sind, und ich finde, das ist auch bei The New Empire so, und The New Empire weiß von Sekunde eins an, was er will, was er kann, und was er liefern möchte, und das macht er, nämlich Kaiju Fratzengeballer. Ich kam heute nicht begeistert, aber sehr zufrieden aus dem Kino. Timo, wie war's bei dir? Ja, ging mir ähnlich, ähm, hatte so ein bisschen aber das McDonalds-Problem, da komme ich vielleicht noch später ein bisschen ausführlicher zu, aber es ist schon so, der Film befriedigt einen sehr gut, wenn man Godzilla vs. Kong schon mochte, deswegen ist natürlich für Sven gleich, oder für Zero, die interessante Replik darauf, wie er den Film jetzt fand. Ich konnte das nämlich heute, das muss man an dieser Stelle einmal erwähnen, Sven und ich waren gemeinsam in der Vorstellung, haben gemeinsam den Film in der Presseführung gesehen. Ähm, ich konnte nicht so ganz interpretieren, wie er ihn fand, aber ich hatte meinen viel zu großen Spaß für mein Alter, aber ich habe mir auch das, äh, geschworen, mach nach 30 bis 45 Sekunden, also eigentlich nach einem Vorspann, dein Hirn möglichst aus, und ich habe auch selten in einer Presseverführung so viel mit meiner Nachbarschaft geredet wie heute, weil es einfach, ich, mir war danach, ich hatte einen, teilweise einen Heidenspaß, wurde allerdings auch ab und an mal wieder mit so einer Stotterbremse abgebremst, und das fand ich nicht so cool, das muss ich auch ehrlich sagen, aber da kommen wir, wie gesagt, noch später drauf. Jetzt bin ich gespannt. Zero, wie fandst du denn jetzt, äh, so erstmal allgemein Godzilla X-K? Also, GX-K fand ich, äh, erstaunlicherweise sehr, sehr gut. Ich hatte richtig Spaß, weil ich dieses Comic-Hafte, hat mir richtig gefallen. Also, die Farben waren schön bunt, schön hell, und ich fand die Schlägereien gut, ich fand gerade den Anfang relativ schnell und zügig, das lässt ein bisschen leider nach zwischendrin, aber da war ich überall schön mit dabei. Ich fand, selbst bei den Menschen teilweise waren auch ein paar gute Jokes dabei, wo man auch gut lachen musste, ne, weil das alles wirklich so schön, locker, 80er-Jahre-mäßig, sich komplett nicht ernst nimmt. Also, ich hatte da richtig Spaß drin. Ne? Also, ich fand den richtig, also nicht mega gut, aber für so einen Film halt noch gut, ne? Wir können das jetzt tausendmal wiederholen, der Film ist nicht clever oder sonst was, einfach mal Kopf ausschalten, aber dafür ist der wirklich angenehm. Ich finde halt, dass sie schon geguckt haben, dass sie ihn, in Anführungszeichen, ein paar Sachen verbessern. Es ist mir zum Beispiel aufgefallen, wenn du dir anguckst, wie viele bekannte Gesichter und Namen in King of Monsters oder Skull Island mitspielen, vergleiche das jetzt mal mit The New Empire, wo du halt schon mit Dan Stevens und Rebecca Hall und diesem Brian Terry Henry bekannte Namen oder Gesichter hast, aber ich war halt erstaunt, wie kurz die Castliste war im Abspann. Das ist wirklich ein, die scheinen wirklich erkannt zu haben, okay, wir brauchen halt vielleicht schon ein paar Menschen, weil jemand muss diesen Exposition Dump hier irgendwie liefern, weil so weit ist Kong noch nicht mit der Sprache, aber wir brauchen nicht so viele davon und das fand ich ganz angenehm. Also diese Menschen-Szenen waren zu 90% halt, wie gesagt, so, dass sie dir irgendwas erklärt haben, weil halt so, warum ist das so? Ja, weil, und dann irgendwie so ein Wischi-Waschi-Wissenschaftsgeblabber und für mehr waren sie nicht gut. Klar, du hast diese Gia, die noch so ihre Geschichte hat, aber seien wir ehrlich, es ist halt dieses alles nur Mittel zum Zweck, damit wir wieder in die Hohlerde kommen und diese sehr fantastische Welt sehen können, die ich wirklich beeindruckend finde, weil da auch eben wieder so Monster dabei sind, wo ich denke, ja, das ist so diese Art der Fantastik, die ich toll finde, eine Fantastik, die nicht darauf abzielt, jetzt cool zu sein, sondern nee, da siehst du mal einfach einen potthässlichen Frosch, der sich so aufbläht, dass er auf seiner eigenen Blase sitzt. Das finde ich halt toll. Das imponiert mir irgendwie mehr als jetzt so, ich nenne es mal ganz blöd gesagt, so Marvel-Coolness. Ja, und ich finde das spannend, dass man manchmal so das Gefühl hat, wenn RegisseurInnen in der Promo so ein bisschen Sachen behaupten, so das ist irgendwie meine Hommage an das oder ich wollte endlich da tiefer eintauchen. Bei diesem Adam Wingard, der dann ja wieder ein bisschen mitgeschrieben und vor allen Dingen gedreht hat, der hat vorher gesagt, ich will tiefer in diese Hohlerde eintauchen und das macht er hier. Er geht mit vollen Händen rein und taucht ein. Ich muss allerdings sagen, dass eben da so ein bisschen abhanden kommt, dass das, was auf der Erdoberfläche passiert, dann echt so ein bisschen Beiläufigkeit bekommt. Also wir müssen da ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu sehr spoilern, weil das bei dem Führer ja auch scheißegal ist. Dennoch sollen natürlich die Leute, die noch eine Überraschung im Kino erleben wollen, jetzt nicht sagen, aber dann haben sie uns alles versaut. Es gibt aber eine Szene zum Anfang in einer europäischen Metropole, in der Godzilla sein Unwesen treibt und das ist schon so, dass man das sehr beiläufig macht und gleichzeitig auch das Gefühl hat als Betrachter, joa, sieht irgendwie ganz cool aus, aber mehr auch nicht. Und das wird so schnell abgehakt, auch so wie eine Pflichtübung, fast wie eine lästige Pflichtübung. Es stimmt schon. Also ich dachte mir auch zu manchen Teilen so, okay, es war jetzt echt ganz cool, was da passiert, auch gerade auf der Weltober- oder Erdloberfläche. Aber da dachte ich mir so, warum zum Teufel müssen die sich immer an so Touristen-Hotspots prügeln? Warum gibt es keinen Kaiju-Kampf in Lüneburger Heide? Und das andere ist halt wirklich so, sind da überhaupt Menschen? Denn, also obwohl sie sich halt wirklich in, weiß ich, Rio de Janeiro, also wirklich so Hochburgen prügeln, wo viele Menschen sein sollten, du siehst halt mal ein paar am Strand oder so, aber es fehlt schon so ein bisschen, dass du das Gefühl hast, okay, da sind jetzt wirklich Menschen in Gefahr und es werden ja wieder ganze Landstriche und Gebäudekomplexe eingerissen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, entweder ist das Frühwartensystem echt gut geworden oder aber, ja, sagen wir es wie es ist, in diesem Film sind halt Menschen vollkommen egal. Und das meine ich jetzt nicht abwertend oder kritisch, dann ist es halt einfach so. Das ist halt unwichtig, aber das ist bei dem Film, wie du schon erwähnst, komplett relativ egal, weil es geht um die Kaijus und die wollen wir ja auch sehen. Und darum ist es ein ganz kluger Zug, dass sie halt den ganzen Cast verkleinert haben und wir auch jetzt nicht so oft irgendwelche Sticksale da mitgehen müssen. Da wird halt ordentlich zugelangt, obwohl wir beim Ende auch noch zwei, drei Städte irgendwie zu viel waren, weil so die richtige Wucht kam auch nicht dabei rum mehr. Das hat mir auch ein bisschen gefehlt. Ja, er verliert sich ein bisschen in dieser Hohlerde-Geschichte, weil er dann zwei Fehler macht, wie ich finde. Er macht einerseits den Fokus ein bisschen zu sehr auf dieses menschliche Heidel-Deidel um die Tochter oder um die Ziehtochter, um diese Jai oder wie sie heißt. Und das hat im ersten Film, diese Connection zwischen ihr und Kong, hat super gut funktioniert. Und die ist auch hier wieder in Ordnung. Aber was ich nicht brauche, ist dann der, wortwörtlich übrigens, der Struggle, den sie an der Erdoberfläche hat. Also es kommt ja wirklich, also ihre Mutter, Rebecca Hoare, sagt wirklich, she's struggling in school. Und deswegen kann ich dir jetzt auch sagen, sie struggelt. Das hat so ein gewisses Momentum von, ich versuche jetzt einen Bogen aufzumachen, der später geschlossen wird. Und du weißt halt als ZuschauerInnen oder als Zuschauer, der ein bisschen geneigter und ein bisschen häufiger ins Kino geht, weiß halt, okay, das wird auf jeden Fall am Ende nochmal irgendwie aufgelöst, und aufgegriffen. Und es wird natürlich am Ende aufgelöst und aufgegriffen. Und das ist so der Part, der für mich so ein bisschen schwach daherkommt, weil ich auf der Hohlerde alles, was zwischen Kong und anderen Spezies passiert, super cool finde, weil es ohne Dialoge auskommt. Es kommt nur mit visuellem Erzählen klar. Das finde ich geil. Und das brauche ich dann nicht, dass dann manchmal von diesen Momenten weggeschnitten wird. Und ich sehe Rebecca Hall als Eileen Andrews, glaube ich, heißt sie im Charakter, die mir nochmal Sachen erklärt, wo ich dann denke, ich hab's doch gepeilt. Also lass doch die Bilder sprechen. Da finde ich, merkt man manchmal so, dass sie nicht ganz dem vertrauen und dass sie so ein bisschen vielleicht auch, es geistert ja ein bisschen durch Hollywood gerade das Gerücht und die Methode rum, dass es Streaming-Anbieter gibt, die sagen, die Serie ist nicht gut genug für Leute, die da nicht so ganz hingucken. Also sozusagen dieses Second Screen Appropriability heißt das, glaube ich. Also, dass man Leuten nicht mehr zumuten kann, dass sie das verstehen, wenn sie, wie man doch ja weiß, währenddessen zu 80 Prozent auch auf ihren Handy-Screen starren. Und das hatte ich hier bei Godzilla X-Kong, ich werde nicht aufhören, ihn jetzt so zu nennen, hatte ich das Gefühl, dass es manchmal so Momente gibt, wo ich denke, der Dialog ist eigentlich nur für Leute da, die den zu Hause gucken, währenddessen am Handy irgendwie sich TikTok-Videos reinziehen und nicht so ganz aufmerksam sind, damit sie es am Ende nicht sagen, hä, was? Hat sie sich gepeilt? Sondern, ah, die können das gut erklären. Was machen wir so? Jetzt verstehe ich das. Ich muss halt sagen, es gibt für mich halt in diesem Film zwei Arten von Expositionen. Das eine ist halt, wie du schon gesagt hast, diese Exposition, wo ich mir dachte, warum sagst du mir das? Ich sehe doch, dass da gerade irgendwie halb rumverwüstet wird. Du musst dich nochmal das Ganze dann nochmal Revue passieren lassen in zwei Minuten Wortschwall. Dann gibt es aber auch diese Art von Möchtegern-Wissenschaftsexpositions-Blabla. Ja, und die gehört für mich irgendwie zu dieser Art von Film irgendwie fast schon dazu. Ja, also nur mal ein fiktives Beispiel. Warum kann diese Pflanze singen? Ja, das liegt daran, weil die Erdkrümmung ist jetzt so und deswegen kommt diese kosmische Strahlung und deswegen kann diese Pflanze singen. Das finde ich hingegen irgendwie ganz nice. Also das finde ich schön. Das gehört für mich zu dieser Art von Film dazu, aber ich gebe dir unumfänglich recht. Die meisten von diesen ernst gemeinten Exposition-Dames sind halt wirklich, wo du denkst so, ja, okay, könnten wir bitte mal wieder in die Hohlerde zurückgehen. Da ist nämlich ein Affe und der ist mimisch und darstellerisch gerade echt um einiges interessanter als ihr Pfeifen. Aber gerade diese Exposition, die haben mich halt immer stark an so wirklich Sleazy-Horror-Filme erinnert, wo halt auch immer irgendein Schwachsinn erzählt wird, der sinnbefreit ist. Aber ich finde, das ist auch gerade der Spaß dann dabei, ne? Oh, Godzilla vs. Jason. Geil. Ja, bitte. Das gab es manchmal bei Robert Chicken, aber egal. Aber gerade das fand ich dann schon wieder so, eher schon wieder lustig, humorvoll, weil das schon wieder so hart drüber ist. Vor allem, die liest von irgendwo was ab und komischerweise kennt die auf jeden Fall alle Namen von allen Titanen, die sie noch nie im Leben gesehen hat. Also da ist schon, die ist krass, die Frau. Ich fand, es hatte schon fast die Momente von Carla Commentating beim Wrestling. Also ich werde noch mehr von diesem Wrestling-Vergleich heute auspacken. Aber da hast du ja auch das Gefühl, wir sehen, was im Ring passiert und dann gibt es noch einen der beiden, mindestens zwei Kommentatoren, die noch erklären müssen, was da passiert und die andere erklärt nicht die Moves, sondern die erzählt quasi die Geschichte drumherum und muss so ein bisschen Farbe reinbringen, sprich das Color da reinbringen. Und hier hatte ich immer das Gefühl, gerade es gibt ja einen Titanen, bei dem Godzilla quasi so hingeht, um sich aufzupreppen und ein bisschen zu flexen. Und da ist das Gefühl so, ah geil, das ist der und der und der hat die in die Power und wenn das und das passiert, dann ist Godzilla so und so. Und du denkst so, ja, geil, also ich glaube, ich würde es auch ohne die Erklärung peilen. Aber das ist natürlich ganz gut, wenn ich sicherheitshalber noch so ein bisschen das weiß, was da so passiert. Danke. Und das sind, wie gesagt, so Momente. Und das ist vielleicht so mein größter Kritikpunkt. Und das ist echt bei einem Film, der in Anführungsstrichen nur 115 Minuten mit Abspann geht. Also so sagen wir so 107, 108 Minuten netto, was schon ein ordentliches Maß für so einen Film ist. Der ist aber trotzdem durch die ganzen menschlichen Dinge ist der noch 15 Minuten zu lang und du könntest den auf 19 Minuten runterkürzen und du hättest meiner Meinung nach 98% genauso viel Spaß. Denn von den menschlichen Darstellern, Brian Tyree Henry ging mir in Bullet Train nicht auf den Sack. In Godzilla vs. Kong fand ich die Nummer mit, ich bin Verschwörungstheoretiker und ich habe am Ende recht, wieder richtig, also ist nicht gut gealtert, dank John, wie heißt er, John Dingsbummstar hier in Moonfall. Genau. Ihr wisst hier, Game of Thrones, na wie heißt er denn? Ich habe, ich habe Moonfall nicht gesehen. Ach, wie heißt er denn, der John, nee, der den Buddy von John Schnee spielt, der heißt John, John Bradley, genau, den meinte ich. Der ist da ja auch Verschwörungstheoretiker und dann ist es so, ach guck mal, die Verschwörungstheoretiker am Ende recht, das ist ja super, nicht. Ja und hier hat er halt seinen Podcast und da gibt es für uns paar Berufskollegen-Witze, die wir ganz lustig finden so und mit Reddit-Blog und so weiter, ha ha ha, aber der von den menschlichen DarstellerInnen für mich am meisten weiß, was für eine Art von Film er ist, ist Dan Stevens, der mir vorher kein Glück war. Der hat mir richtig Spaß gemacht, also ich habe Fall Guy ja leider noch nicht gesehen, aber ich stelle mir vor, ey, wenn Ryan Gosling diesen Modus in Fall Guy hat, bin ich hooked, dann bin ich dabei. Deswegen für mich der menschliche MVP. Also Dan Stevens ist ein alter Cholera-Rawateur von Adam Wingard, die haben schon früher zusammen gedreht, auch diesen sehr schönen Guest, kann ich sehr empfehlen und der war auch für mich, wenn es eine menschliche Figur gab, wo ich sage, ja, super, dann war es seine Figur, dieses Trapper, dieses King Kong-Arztes, der da irgendwie, ja, mit Ace Ventura-Gedächtnis-Hemd rumläuft und tatsächlich die einzige Performance abliefert von menschlicher Seite, wo ich sage, die passt dazu und ich hatte auch das Gefühl, dass Dan Stevens selbst auch relativ viel Spaß hatte. Ja, und sogar die für mich immer so ein bisschen, ich will nicht schwierig sagen, aber die so ein bisschen zwischen Fisch und Fleisch irgendwie sich nicht entscheiden könnte, Rebecca Hall, die ist jetzt hier, sie hat halt eine neue Frisur, sieht jetzt aus wie Charlize Theron im vorletzten Fast and Furious mit Kurzhaarschnitt, ja, aber ansonsten ist sie halt immer noch so, ja, irgendwie ist sie Wissenschaftlerin, schreibt anscheinend Bücher, ist aber gleichzeitig beim Monarch, ist dann noch Pflege oder alleinerziehende Mutti und kriegt das alles irgendwie unter einen Hut, was jetzt nichts Besonderes sein muss, aber irgendwie auch mit keiner selber erwähnt wird, daran merkt man halt auch, dass der Film sich für seine menschlichen Figuren eigentlich einen Scheißdreck interessiert. Ja. Aber die ist halt auch so da und die liefert so ein paar Momente mit ihrer Tochter, die alle für mich nicht so gut funktionieren wie die Momente im letzten Godzilla vs. Kong, wenn Jay mit Kong interagiert. Das waren wirklich Dinge, das hat der Film richtig verstanden, dass er irgendwie auf der Kaiju-Ebene einen Moment braucht oder einen Charakter braucht, der wirklich als menschenähnlicher Charakter funktioniert und oh Wunder, natürlich nimmt man den Affen, der ja eher ebenbild ist als so ein Lizard, so eine Echse wie Godzilla und so weiter. Und das, davon hätte ich in diesem Film, dadurch, dass halt irgendwie, finde ich, diese Rebecca Hall-Figur, diese Mutter immer so ein bisschen dazwischen steht, hätte ich, ich hätte mich, hätte gedacht so mehr wieder von diesen alten Interaktionen, weil diesen ganzen Subplot um das Schicksal von Jay und ihre Bedeutung für die Ruhelerde, ach ey, lass das doch weg, also es ist doch einfach wirklich nur Ballast. Man merkt dann halt auch, da haben, ich glaube, vier Schreiber am Screenplay und Story gearbeitet und da merkst du so, ey, das ist zu viel, nimm das doch einfach raus und mach 100 Minuten draus. Aber ich muss jetzt sagen, das ist schon, also Ballast würde ich auch sagen, aber ich finde, es ist nicht so schlimm wie in anderen Godzilla-Filmen. Absolut, also der ist eine gute 20 Minuten kürzer als der von euch jetzt eher gescholtene King of the Monsters. Wie gesagt, ich mag den, aber der ist schon kurzweiliger, das stimmt. Ja, okay, lassen wir die Menschen jetzt abhaken, weil wir haben jetzt genügend Zeit mit den Menschen verbracht und kommen mal zu den wahren Stars. Und eine Frage, erstmal an dich, Timo, weil wir hatten schon öfters das Thema Etikettenschwindel. Ich möchte da unsere Podcasts von Expandables 4 und Argyle verweisen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Leute vielleicht ein bisschen angepisst sind, denn es heißt ja Godzilla X Kong. Aber auch schon bei Godzilla vs. Kong war es zumindest aus meiner Perspektive so, dass es einen relativ klaren Hauptdarsteller gab, nämlich Kong. Und das ist auch wieder, wie ich finde, in diesem Teil so. Ich muss hingegen sagen, finde ich gut so, denn du hast es schon angedeutet, Kong hat halt einfach dadurch, dass es was Menschliches hat, eine bessere Mimik. Und ich war wirklich wieder stark davon begeistert, wie sehr und wie einfach ich mit Kong mitfiebern konnte. Glaubst du denn, die Leute sind damit zufrieden oder sagst du vielleicht als Godzilla-Ultra auch so, boah Leute, ihr könnt nicht Godzilla X Kong hinschreiben und Godzilla ist die meiste Zeit nicht zu sehen? Ich finde es schwierig, von False Advertising zu sprechen, weil er halt natürlich auch in dem Film ist. Denn das Ganze baut ja auf einen sozusagen Main Event hin, also auf einen Hauptkampf, der am Ende stattfinden soll. Wir wissen alle, der ist am Ende. Und dann ist das für mich nicht so schlimm, dass Godzilla hier mehr oder weniger immer nur von einem Handlungsort zum anderen geschoben wird, während er auf der Erdroberfläche ist und in der Hohlerde eigentlich der gesamte Plot abläuft. Und das, was Godzilla auf der Erde macht, eigentlich nur so, dass der Aufbau für das Ganze ist. Und dieser Aufbau ist auch relativ gut. Also ich finde den sogar gelungen. Ich fand den ähnlich gelungen, wie, ich hoffe ich habe das auch im Cast gesagt damals mit dir, bei Ant-Man and the Wasp Quantumania den Aufbau für die Figur Kang oder Kang. Ich fand den gut. Das Problem war hier nur, bei Ant-Man and the Wasp Quantumania wusste jeder, wir wissen doch alle, dass Kang in diesem Film vorkommt. Also ist das alles Kang, über den hier geredet wird. Okay. Und hier ist es genau das gleiche. Wir wissen aus den Trailern, jetzt nicht so richtig konkret, glaube ich. Aber wir wissen, da gibt es halt noch eine unheimliche Bedrohung. Und diese unheimliche Bedrohung aufzubauen, macht der Film richtig gut. Und dafür nutzt er halt dieses Godzilla macht auf der Erde das und Kong ist in der Hohlerde. Aber für die Leute, die komplett Team Godzilla sind, wird der Film, fürchte ich zumindest, aus zweierlei Gründen eine kleine Enttäuschung sein. Die erste habe ich schon genannt. Das ist einfach für nicht zu wenig Godzilla in dem Film. Und das zweite ist, ey, ich bin jetzt nicht DFB-Trikot und das ist alles zu lila. Aber ich habe irgendwie keinen Spaß an einem pinken Godzilla. Call me, alter weißer Mann. Aber diese pink aufgeladene Godzilla-Nummer war nicht so meins. Solange wir Godzilla-Screen-Time hatten. Acht Minuten waren das nämlich irgendwie nur. Ich fand die aber auch ein bisschen wenig. Aber ja, man kriegt, wenn er da ist, ballert es. Und das will man auch sehen. Und ich fand aber viel mehr dann mit diesem, der kommt ja auch im Trailer vor, dieser Minikong. Das fand ich halt deutlich interessanter. Also nächsten Film gerne wieder von mir aus auch nur mit Kong. Dann ist Godzilla halt erstmal wieder erschlafen in seinem Kolosseum. Aber auf Kong sollten sich jetzt schon mal für den nächsten Teil, der, glaube ich, schon in Bearbeitung ist, konzentrieren. Also ich bin halt irgendwie, ich finde Kong halt einfach in der Hinsicht interessanter, weil ich sagte schon, in dem kannst du halt auch mimisch arbeiten. Es gibt halt so Szenen, wenn einfach nur Kong mit seiner Mimik reagiert und du weißt, was er meint. Also Timo sagt ja auch schon nonverbal. Und das kriegst du mit Godzilla halt nicht so richtig hin. Und ich finde auch Godzilla, der ist mir auch immer ein bisschen zu klobig. Ich finde das ganz nett, wenn der irgendwelche Riesenmonster mit seinem Atomarten da dezimiert. Aber ich bin halt wirklich jemand, der mit Kong mitfiebert. Und Godzilla nehme ich so als extra Bonus gerne mit. Deswegen fand ich es nicht so schlimm. Aber ich kann auch jeden Godzilla-Fan verstehen, der sagt, Leute, da steht halt Godzilla x Kong. Aber eigentlich ist es mehr Kong, Kong, Kong und dann Godzilla. Um da nochmal kurz was zu ergänzen. Ich finde auch, dass dieser von dir angesprochene Atomic Breath, es hat so ein bisschen, um wieder die Wrestling-Analogie zu bemühen, so ein bisschen was von, ich nutze eigentlich alle fünf Minuten meinen Finishing-Move. Und das ist für mich einfach, also der Atomic Breath ist der Killer-Move von Godzilla. Und den nutzt er hier echt häufig. Und das war mir ein bisschen zu, ach, ich habe das Wort häufig geschrieben, aber heute noch nicht gesagt. Ich fand es ein bisschen beliebig. Ja, es stimmt schon. Und ich hätte auch mir gewünscht, dass sie vielleicht mal was anderes machen oder beziehungsweise es halt zurückfahren. Oder aber Godzilla macht ein RKO. Das wäre auch geil gewesen. Ja, out of nowhere. Ja, out of dust wäre super gewesen. Oh, das hätte ich abgefeiert. Fünf von fünf Sterne. Sofort, instant. Ein Dropkick wäre genauso geil gewesen, wenn er schön Dropkick macht wie in einem alten Film. Absolut. Da hat das Kino gejubelt. Da hat das ganze Kino gejubelt, wäre ich mir sicher. Ja, doch. Wobei, da wissen die MacherInnen, dass sie dann wahrscheinlich Godzilla, wenn er wieder aufstehen müsste, was ästhetisch einfach problematisch wäre, ihn nicht Bodyshamen wollen. Das finde ich also sehr, sehr verantwortungsvoll von den Produzenten. Ja, das stimmt. Ja, also. Wollen wir noch über die Action reden, so an sich so? Ja, können wir gerne machen. Ich finde die Action gut. Es ist halt ein Animationsfilm, das sagte ich schon. Die ist groß. Ich finde, dass sie es durchaus gut hinbekommen, so eine gewisse Wuchtigkeit zu implementieren. Aber, das sollte man auch ganz klar sagen, du merkst halt einfach schon, dass das einfach Viecher aus dem Rechner sind. Finde ich. Das stört mich jetzt nicht. Das hat mich auch im Vorgehen nicht gestört. Und ich mochte auch, dass der Adam Wingard auch hier ein paar nette Spielereien eingebaut hat. Und, das muss ich auch noch sagen, Adam Wingard ist ein Regisseur, der versteht es, Zeitlupe zu nutzen. Nämlich wirklich dezidiert und in guten Momenten. Also, ich hab mit einem Kollegen geredet, der meinte, stell dir mal vor, Michael Bayer oder Zack Snyder, den gedreht. Und ich hab gesagt, Gott, dann wäre dieser Film Zeitlupe pur. Und 30 Minuten länger. Der Gag musste sein. Ich hab mit zwei Sachen bei Adam Wingards Inszenierungsstil Probleme. Also, wirklich offen und ehrlich gesagt. Ich hab vorhin das Anteaser von Gareth Edwards gebranntmarkt als zu viel des Guten. Aber zumindest hat er damals so ein bisschen die Eskalationen, er hat darauf hingearbeitet. Der von euch ein bisschen unterschätzte King of the Monsters kriegt das hin, echt epische Bilder zu kreieren und so ein paar Money Shots zu liefern. Und ich hab das Gefühl, Adam Wingard ist einfach wie das Kind bei McDonalds. sieht die Karte und sagt, ich will alles. Und dann gibt er einem auch alles. Und das ist für mich ein bisschen... Also, wie soll man das sagen? Das ist ja bei McDonalds oder bei anderen Fastfood-Ketten nicht, dass uns jetzt der Vorwurf der Schleifung gemacht wird. Es ist ja so, du hast nach so einem Fastfood-Kettenbesuch immer das gleiche Gefühl. Dein Bauch ist irgendwie voll. Das heißt, du bist gefühlt satt, aber du bist nicht gesättigt. Das ist auch kein herausragend oder erinnerungswürdiges Erlebnis gewesen, sondern es ist einfach so, ich bin voll, mir ist schlecht. Mir war nicht schlecht bei Godzilla, X-Kong, The New Empire. Mir war aber zumindest bei einigen Kamerafahrten, wurde mir etwas schwindelig, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich bin da wahrscheinlich dann doch schon ein kleines bisschen zu alt. Und mir war es ein bisschen zu viel des Guten, was so visuelle Reize angeht. Es zeugt bei mir dann kein Gefühl des Erstaunens mehr, sondern eher eines des, okay, hab ich schon mal gesehen, kam mir auch sehr bekannt vor. Und ich muss dann auch sagen, um den direkten Vergleich, den fairen oder den fairen direkten Vergleich zu seinem eigenen Vorgänger zu liefern, diese visuellen Spielereien, gerade was du auch angeschnitten hast, dieser letzte Fight in Hongkong erst bei Nachtlicht, aber mit den Lichtern der Großstadt, der hatte für mich so ein paar Szenen, an die ich mich noch erinnere, während ich keine zwölf Stunden nach dem Kinobesuch von Godzilla X-Kong jetzt nicht mehr allzu viele Sachen erinnere, die jetzt von der Action her passiert sind. Und das ist immer kein gutes Zeichen. Ja, für mich ist es halt so gelagert, ich finde, das ist halt direkt eine Nachfolge des Ersten, also von Versus Kong halt. Und er macht halt da weiter, wo er aufgehört hat. Und ich hatte auch das Gefühl, dass Adam Wingard auch weiß, er kann, glaube ich, einfach aktuell nichts mehr rausholen, was wir nicht schon irgendwie gesehen haben. Also variierte einfach noch die Sachen, die er hat. Das ist natürlich kreativ nicht das Beste. Und das kann man auch gerne ein bisschen faul bezeichnen. Und ich finde auch, ich bin auch gesatt aus dem Film rausgekommen. Und ich gebe dir auch komplett recht, ich werde dir morgen nicht mehr sagen können, die Action-Szenen, was da jetzt so besonders war. Aber ich fand das ausreichend genug. Für diese Art von Film, für dieses Sequel, genau das habe ich erwartet einfach. Ich habe auch nichts anderes erwartet, genau das habe ich bekommen. Und deswegen, wie gesagt, war ich damit sehr zufrieden. Und ich muss auch sagen, im Vergleich zu anderen ähnlich budgetierten Blockbuster-Spektakeln, das darf man nicht vergessen, sieht der halt auch echt gut aus. Der ist halt auch wirklich gut getrickst, finde ich zumindest. Bei den beiden Hauptprotagonisten würde ich dir, oder würde ich das unterschreiben, gerade so was die kleineren Monster angeht, die nicht so sehr im Fokus stehen, ist es okay. Also man hat so manchmal das Gefühl gehabt, es seien da zwei unterschiedliche Teams. Einmal das Premium-Team für Kong und für Godzilla und der Rest macht dann den Rest. Wo wir bei Team mit Wrestling-Vergleichen sind, du hast natürlich hier in dem Film deutlich mehr Match-Arten. Du hast einmal so ein Tag-Team-Match, ein 3 gegen 1, auch mal ein 1 gegen 1. Das hattest du im Vorgänger halt nur bringt. Da hast du zwei verschiedene halt nur. An der Action, da variiert er dann schon ein bisschen mehr. Zumindest, wie die Leute sich dann prügeln. Oder einer gegen mehrere haben wir ja auch diesmal mit drin. Also da kann ich mich grob erinnern, aber ich muss auch ehrlich zugeben, ich glaube, morgen werde ich mich höchstens erinnern, dass da das eine Tier beim Ende streichelt, oder was das ist. Und dann war es auch vorbei. Da bleibt nicht viel hängen, aber ja. Wenn sogar was hängen bleibt, sind es eher so Kleinigkeiten, die aber, was heißt Kleinigkeiten? Es gibt halt natürlich einen Moment, in dem dieses Team-Up aufgebaut wird zwischen Godzilla vs. Kong oder Godzilla und Kong. Und das ist aus dem Trailer bekannt, deswegen ist das kein Spoiler. Muss ich mich schon mal hier sicherheitshalber absichern. Und da ist halt so ein Moment, wo das nicht ganz klar ist, worauf das hinauslaufen soll. Kong ist da relativ klar, was er vorhat, aber Godzilla nicht. Und das ist dann schon so ein leichter Comedy-Moment, den ich dann cool fand, in dieser doch ja eigentlich auf dieses so, jetzt hauen sie sich endlich mal auf die Fresse-Stimmung. Deswegen, das gebe ich dann wieder Vingart, da hat er schon ein gewisses Gespür zumindest für Comedy, vor allen Dingen, wenn es um Kong geht. Das muss man ehrlicherweise sagen, weil Godzilla ist halt erstaunlich humorbefreit, der Kerl. Ja, das muss ich sagen. Also der ist wirklich, vielleicht ist er mir deswegen auch so egal, weil er einfach so, so witzlos ist, so ernst. Es ist wie so ein Teenager, der färbt sich ständig die Haare anders, beziehungsweise halt seinen Schwanz da, damit er den Atomarten da auspucken kann. Nein, sagen wir, wie es ist, Godzilla ist der Friedrich Merz des Kaiju-Universes. Das ist, also, das ist eine, das, ich kriege gar keinen Termin mehr beim Zahnarzt. Das gibt's doch nicht. Siehst du mal, genau, er ist angesichts bei Kong bekommt ein Termin beim Zahnarzt. Ja, sehr gut. Ich hätte noch einen Punkt, wo ich auch ein bisschen meckern kann oder möchte. Ich möchte da jetzt noch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das ist dann immer so ein bisschen, also, Spoiler. Ich finde halt einfach die große Bedrohung dann irgendwie dann doch ein bisschen, nicht lachhaft, aber ein bisschen schwach, weil ich meine, King Louis aus dem Dschungelbuch ist jetzt quasi der Bösewicht. So, ja gut, kann man machen, aber lässt mich eher kalt. Also da, da sind dann schon die Vorgänger, auch zum Beispiel King of Monsters, wirklich wesentlich besser, um die große Bedrohung nochmal so darzustellen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ihnen ja die Idee ausgegangen ist, was sie jetzt für die Bedrohung noch nehmen sollen. Gingst du ja auch so, Zero? Ja, aber jetzt beim drüber nachdenken, direkt am Kino war ich auch so der Meinung, ja, da wäre ein bisschen lullihaft, ne, da hätte mehr krachen müssen. Aber jetzt im Nachhinein ist das halt ja der komplette Antikong und da macht das für mich dann schon Sinn, dass er derjenige ist, der dann als Antagonist hingestellt wird und der auch, der wird zumindest sehr cool eingeführt. Also da denkt man auch erst, holy mother fucker, was ist das für einer? Ich hab die Idee, wenn sie jetzt den Antikong nehmen, dann wird im nächsten Godzilla-Film der Crazy Frog der Antigotzilla. Ding, 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 ja, das ist eine gute Idee. Ich bin aber da, weißt du, ich bin da massiv enttäuscht worden sogar, weil der von mir angedeutete Aufbau, der ist schon echt gut. Also du hast das Gefühl, jetzt kommt halt die ultimative Bedrohung, jetzt kommt halt mindestens so ein Doppelkong, also so Schwarzeneggerkong und dann kommt halt nicht Schwarzeneggerkong, sondern ach so. Und dann denkt man so, wenn die sich dann gegenüberstehen, so ach okay, da geht die ganze Zeit geduckt, so wie das halt große Menschen tun, weil sie immer so ein bisschen sich klein machen wollen und dann sieht man, nee, das ist eigentlich doch nicht der Fall. Und man fragt sich, ist der nicht eigentlich sogar ein bisschen schmaler als Kong? Wo kommt denn das her? Und dann zaubern sie natürlich noch was, eine kleine Überraschung, zwei gibt's ja in dem Film, wie ich finde, zaubern sie noch so aus dem Ärmel und dann ist das irgendwie auch gekauft. Aber ich bin, da war ich tatsächlich nicht nur ein bisschen, sondern echt enttäuscht, weil ich da jetzt schon gedacht habe, so jetzt kommt hier nicht Son of Kong, sondern jetzt kommt hier der Gottfather of Kong und macht hier richtig Fressengeballer. Und das muss man echt sagen, dass zwischen, gerade zwischen Kong und diesem, dieser Figur kommt mir zu kurz. Also die, die Fights an sich, ich kann verstehen, dass Wingard auch sagt, so wir wollen jetzt, ne, das Publikum nicht überladen, nur mit reinen Fights. Aber dafür, dass der Build-Up so lang braucht, für mich zumindest lang, ist das Endergebnis, ist mir das Match sozusagen zu kurz. Das ist halt auch wieder so ein bisschen dieses WWE-Feeling. Du hast halt ne Menge Promos im Vorgeplänkel, du hast ne Menge Highlight-Videos und am Ende bleiben halt sieben Minuten für ein Match und sie feuern halt aus allen Löchern und dann ist das aber auch schnell vorbei. Oder feuern aus allen Rohren vielmehr. Und das ist dann so, mein, ich merke so, ich fühle mittlerweile, ich glaube ich leider an Morbus Hain, ich habe hier gerade nur die negativen Aspekte genannt. Ich hatte in diesen 115 Minuten eine Menge Spaß, das möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen. Aber es gab so ein paar Minuspunkte für mich, die meine Lust auf einen sehr schnellen Rewatch etwas schmälern, etwas nach unten fahren lassen, diesen Level. Ja, ich würde auch sagen, also jetzt, ich habe ihn gesehen und in den nächsten sechs bis zwölf Monaten würde mich auch nichts dazu bringen, diesen Film nochmal anzuschauen. Aber ja, ich fand halt, er hatte auch eine gute Zeit im Kino, als ich ihn gesehen habe. Und stelle jetzt einfach mal die Frage, habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Also euer Fazit. Ich fand, es waren sehr viele Titanen dabei. Das hat mir auch noch sehr gut gefallen. Nee, das haben sie diesmal gut gemacht. Das sind auch die meisten in der ganzen Reihe. Da haben sie wieder ordentlich aufgetischt. Also wie wir schon mehrfach gesagt haben, es ist halt einfach ein Bombast, was einem zugeschmissen wird. Aber da stand ich drauf. Da gibt es auch tatsächlich wieder eine Wrestling-Parallele. Da gibt es ja diese Squash-Matches, wo so die großen Neuen aufgebaut werden sollen als unheimliche Monstren. Und so ist es ja mit Godzilla hier. Das Problem ist halt für mich, das braucht Godzilla gar nicht, weil mir in King of the Monsters mit ein bisschen Hilfe, aber vor allen Dingen in Godzilla vs. Kong schon klar gemacht wurde, wer da der wahre Sieger war zwischen den beiden, zumindest zwei Dritteln der Kämpfe. Und deswegen Aber der schummelt ja auch. Ja, natürlich schummelt er auch, aber Kong hat ja auch sein Hilfsmittel, die Axt. Und ich finde es ganz cool, dass sie das auch beibehalten haben. Atomatem oder Axt? Nur die wird ja manchmal gecharged, so mit Atommüll, hätte ich fast gesagt, mit Atomatem. Der spielt ein Atem. Manchmal, manchmal denke ich mir, das hört sich jetzt jemand an, der von der Materie gar keine Ahnung hat. Was denkt der sich dann wohl? Weißt du? Atomatem, Axt wird gecharged. Der denkt sich, mein 98er Godzilla war gar nicht so schlecht. Ich glaube, wir kommen jetzt besser zum Fazit. Ich weiß gar nicht, was die haben. Ich habe als Schwabe doch totale Ahnung davon. Ich kann das zubucken. Also mein Fazit, also für mich ist es halt ein Film von 80's Kids für 80's Kids, obwohl auch halt ganz viele Freunde der gigantomanischen Zerstörung, egal aus welchem Jahrzehnt, da bestimmt auch Spaß dran haben an dieser Monsterkeilerei. Ich hatte daran Spaß. Man muss zwar den Kopf komplett ausstellen, aber wenn man das hinkriegt für die nicht ganz zwei Stunden, dann kann man den schon verknuspern. Also, ich sage mal, für so einen schönen, netten Abend ist das auch im Kino gerade sehenswert. Das ist ein Date-Film. Kannst du mit deinem Date gucken, die findet den vielleicht ein bisschen doof, aber du hast deinen Spaß und danach gibt es trotzdem vielleicht ein bisschen Gefummel. Denn der Film tut echt keinem weh, außer Leuten, die ein Problem damit haben, dass man die Kohle Lateralschäden nicht sieht. Aber da muss man echt sagen, dann ist das das falsche Franchise für euch. Denn wenn ihr euch daran stört, dann könnt ihr King of the Monsters nicht gucken. Dann könnt ihr Godzilla vielleicht nur so gerade gucken, aber ihr könnt vor allen Dingen Godzilla vs. Kong nicht gucken. Du darfst dir in keinem Moment denken, da gehen Menschen gerade hops. Denn es müssen eigentlich eine Menge Menschen dabei hops gehen, wenn die da durch die Metropolen wüten. Nichtsdestoweder, ich hatte auch meinen Spaß mit dem Film. Es gibt für mich so kleinere Abzüge, was so diese menschlichen Dramen, die keine echten Dramen sind, angeht, die hätte ich einfach nicht gebraucht in dieser epischen Breite. Und so ein Mini-Aspekt, den ich noch nicht reingebracht habe, ich finde im Vergleich zum Score von B.A. McCreary, der den bei King of the Monsters kreiert hat, sind mir diese Tom Holkenborg, ich nenne das immer so Keyboard-Orchester. Das klingt halt für mich, das klingt schon irgendwie wuchtig, brachial, aber du hast das Gefühl, es hat so diese Synthi-80s-Vibes, die mir nicht so gut gefallen bei einem Score. Der Rest der Musikauswahl ist überraschend, ich will jetzt nicht sagen divers, abwechslungsreich und hat mich auch überrascht. Also die Needle-Drops sind teilweise so, dass ich dachte, was passiert denn da jetzt gerade? Aber sie sind irgendwie, sie sind gut in a weird way sozusagen. Sie sind gut auf eine sehr merkwürdige Art und Weise. Und das ist eigentlich auch die perfekte Brücke für Godzilla X Kong The New Empire. Der ist lustig und macht Spaß auf seine Art und Weise. Der ist halt wirklich ein Film, der sich nicht selbst so ernst nimmt. Das ist auch mal eine willkommene Abwechslung. Gleichzeitig ist der nicht so marvelisiert, dass da immer was passiert und da kommt ein dummer Spruch, sondern der Film sagt sich, ey, das ist alles, was wir da machen auf der Leinwand, ist eigentlich strunzend dumm. Wir brauchen keinen dummen Spruch. Und das finde ich cool. Deswegen von mir, wer eine gute Zeit im Kino haben will, wer auf Kaiju-Action steht und wer jetzt vielleicht nicht den Toho-Gradmesser oder den Toho-Maßstab hier anlegt, der wird auch mit Godzilla X Kong The New Empire glaube ich seine Freude haben. Wie geht's denn unserem Stu? Ja, mir geht's sehr gut. Danke der Nachfrage. Ich hab immer so ein bisschen so ein Problem, wenn so Sachen gesagt werden zu Filmen, wenn man das Gehirn ausschaltet. Ich kann verstehen, woher das kommt, aber Leute, macht das bitte nicht, weil dann atmet ihr auch nicht und dann sterbt ihr. Das wollt ihr nicht. Ich finde Godzilla X Kong The New Empire ist wie der Vorgänger ein echt spaßiger Blockbuster. Es ist halt Edeltrash in der hochbudgetierten Variante und ich finde das Schöne an diesem Film, dass er sich so seiner Fantastik hingibt. Also das ist so ein kompletter Exzess-Film. Der kennt halt wirklich Exzess im Destruktiven, aber auch in dem, was er erschafft, nämlich diese Hohlerde, die er weiter ausbaut. Und ich finde es wirklich schön, dass die Macher komplett darauf vertrauen, und die wissen auch natürlich, dass ihr Film jetzt niemals den Pulitzerpreis gewinnen wird. Aber er ist irgendwie, es ist ein ehrlicher Film. Der weiß, was er ist, der weiß, was er will und der weiß auch, wie er es erreicht. Und das ist kein Kino für die Ewigkeit, aber das ist so im besten Sinne der Film, den man sich Freitagabends mit irgendwie 80 Liter Cola und drei Eimern Popcorn im großen Multi-Black Screen anguckt. Und dafür ist der Film gemacht. Der hat mir Spaß gemacht. Das ist, wie gesagt, ja, kein Meisterwerk, aber es hat auch keiner erwartet. Am wenigsten die Macher. Es war wirklich schön, diesen Film im Kino zu sehen. Danke dafür. Nächster Film. Das wäre mein Fazit zu Godzilla X-Kong, der ab dem 4. April läuft. Damit sind wir hier durch. Meine Lieben, ich danke euch sehr für eure Zeit und Expertise. Ich entschuldige mich vor allem bei Zero, der heute nicht so viel zu Wort kam, aber er ist ja noch jung und neu bei uns. Das heißt, der ist quasi so ein bisschen der Azubi gerade. Er muss jetzt hier. Freiwilliges Soziales Jahr beim Tele-Stammtisch. Das ist der eine Punkt und zweitens, der Kaffee war kalt. Keine Rüge bei der Aufnahme. Das haben wir gesagt, Timo. Ja, ist ja gut. Compliance, ich weiß, Compliance. Ja, okay. Denk dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Da könnt ihr uns auch gerne einen Kommentar da lassen oder eine positive Bewertung oder eine negative Bewertung, wenn ihr unbedingt wollt. Das ist eure Sache. Außerdem haben wir eine eigene Webseite, www.tele-Stammtisch.de könnt ihr auch gerne drauf gucken. Ich sage auf Wiedersehen. Dann sagt der Zero Tschüss und dem Timo gebührt das letzte Wort. Tschüss. Ich sage auf Wiederschauen, reingehauen. Ich möchte abschließen mit dem Wort Bockwurst. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat es gefallen. Was ihr gerade gehört habt. Wir an die Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus Applaus Ebenso Ebenso